Und hier ist auch jetzt plötzlich was anderes, hier sind jetzt diese Fische Kein einziger leuchtenden Fisch mehr Genau Echt schade, dass immer noch kein Axolotin gespawnt ist Aber gut, wir wissen, wir können also mindestens bis zu dieser Ebene hin Als nächstes versuche ich eine Ebene tiefer Hat der mich getroffen oder nicht? Bin mir nicht sicher Ich habe nämlich keinen Schaden erlitten Immer noch vier Ja, aber nur noch einmal wachsen, glaube ich So Also jetzt nur noch bis zur zweiten Ebene Das ist die hier Rohkost Okay, und die nächste wäre dann Waffen und Rüstungen Wenn das auch schon Gereicht haben sollte Au So Also hier ist jetzt keiner Also hier ist jetzt keiner So, also das hat auch schon gereicht Hier sind leuchtenden Fische Fische Kein Axolotl Kein Axolotl Gibt's doch nicht Es ist kein Licht mehr da Tonblöcke sind noch da Wir können eigentlich mal versuchen Wirklich die Spawnrate zu verbessern Und einfach das hier abbauen Und einfach das hier abbauen Das machen wir jetzt Leute Wir verbessern jetzt hiermit die Spawnrate Jetzt muss ich jetzt mal wieder Luft holen Jedes Mal wenn wir Luft holen Kommen wir hier vorbei Und dann sehen wir ja Ob ein Axolotl gespawnt ist oder nicht Und jetzt haben wir hier sogar Luft Ich glaube es ist auch okay, oder? Ähm, jetzt erstmal hier abbauen Und hier ist unglaublich viel Ton, Leute Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich so riesig ist Okay, ich glaube wir können hier tatsächlich auch Gefahrlos beleuchten Dann haben wir hier einen hellen Raum Oh, da ist was Ah Jetzt sind wir hier Nur eben nachsehen, Leute Ob hier auch sicher keine Tonblöcke Aufgetaucht sind Runtergekommen sind Also wenn hier jemand Reinschwimmen würde Von da unten hier hoch Würde er zwangsweise da unten landen Ich glaube ich mache das zu Aber erst muss ich mir das Eisen hier Sehr schön So, jetzt haben wir hier alles Soweit Äh, hier muss ich es zumachen Genau Ja Machen wir dann zu Wenn ich da ein paar ausgetauscht habe Dann habe ich auch ein paar Blöcke Werden jetzt ein Axelotl schon da Nein, ich sehe keinen Okay, dann machen wir einfach weiter Hallo Hör auf mich hier zu unterbrechen So Dann brauche ich mal eben Luft Können wir auch hier rein So Also wenn jetzt dann kein Axelotl ist Spawn, Leute Dann weiß ich es auch nicht War der so richtig? Ich glaube das war einem zu viel So hier kommt der jetzt Bis dann Bis dahin Oh das Gold Okay Ich glaube ich möchte die Weg haben Die gehen mir sehr auf die Nerven Leute So Genau Ich mache mal den hier Weg, Leute Hier so Damit auch hier etwas gut Spawnen kann dann So Also jetzt haben wir das Da schon komplett Leute Dann machen wir jetzt nächstes hier weiter Lieber noch Luft Ich muss ja Ich bin ja 呢 Ich bin ja ich bin ja Mit Ja Ich bin ja Wenn ich bin dann Ich bin ja Das ist ja Ich bin ja erf Sehr schön. Vielleicht sollte ich hier erstmal den Boden machen. Und dann brauche ich wieder Luft. Also wenn hier jetzt dann, wenn wir hier fertig sind, kein Axolotl-Spawn, Leute, dann weiß ich es auch nicht. Okay. Okay. So. Wieder Luft. Okay. 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 Irgendwas habe ich um mich herum schwimmen gehört, aber naja. So, der und der. Dann Luft. Machen wir hier weiter. Irgendwo hier müsste ein Block sein. Dann habe ich ihn wohl aufgenommen, ohne es zu hören. Naja. So, hier natürlich auch. Dann wieder Luft holen. Super. Dann. Es sind zwar nur zwei Blöcke, Leute, aber auch hier. Eigentlich wird nur einer, glaube ich sogar. Aber egal. So, dann. Hier weiter. Sehr schön. So, dann würde ich jetzt als nächstes gerne den Boden hier machen. Das Gold. Würde ich mir auch gerne holen. Naja. Hol ich mir gleich. Wieso nicht? Oder nein. Muss ja nicht jetzt sein. So, machen wir hier mal dicht. Dicht. So. Nein. Okay. Okay. Ich sehe nicht mehr, wo... Nicht mehr mehr, wo er ist. Einfach weg. Schade. Schade, 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 schade. So. Dann machen wir jetzt hier. So. Ich hoffe sehr, das zählt noch als üppige Höhle. Nicht, dass es jetzt keine mehr ist. Nur weil ich hier den Boden austausche. Wäre blöd. Stab, das ist gut. So. Aber ich schade etwas. Ich nehme mir gerne an den Boden. Ich nehme mir das. Und... So. Ich nehme mir kurz an. ... ... ... ... ... ... ... So, ich brauche Luft. Ist da gerade ein Fisch an mir vorbei? Ach, keine Ahnung. Also hier muss ja jetzt immer ein Axelotl spawnen, Leute. Hoffe ich. Da wäre auch Gold, aber egal. Okay, jetzt. So, dann haben wir jetzt hier erstmal soweit alles. Holen wir wieder Luft. 49 Blöcke haben wir noch. Also machen wir hier weiter. Da, kinderl. Und raus, okay. So, so, okay. Gro civil. Okay. So, super nochmal Luft holen das wird unsere kleine private Axolotl fahren Leute so ich möchte auch hier das austauschen und ja den hier auch überall wo Wasser drüber ist möchte ich das austauschen ja da ist schon wieder ja wir bräuchten immer wieder Luft aber solange wir hier sind spawnt nichts neu ja 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 ja